Ja. Was? Oh mein Gott, lasse, ey. Hast du gesehen, wie der 5 Millionen mal hin und her gesprungen ist? Das darf doch nicht wahr sein. Ernsthaft. Ja, und der Heimatdinger überlebt mit 100 Leben oder so. Ich kann endlich shoppen. Ich kann endlich shoppen. Jenny, hast du Ulti, um die Vasallen und alles da weg zu klatschen. Da musst du jetzt nur gucken, was Ulti ausweicht. Musst du mit dem Fass machen. Schnell. Oh. Ich hab ne Pizza vergessen. Ich will immer, ich will Fiddlesticks und ich will, ja, hier ist Fiddlesticks einfach nur Rock, ey. Wenn man dann auch noch Gegner hat, die einfach nie aus dem Raum rauslaufen können, verstehe ich, ey. Widerlasse gerade, der bleibt da einfach gnadenlos stehen, ne? Ja, bis du das gerafft hast. Ja, Lasse, das weiß man doch. Wenn der Raum auf den Zug liegt, dann geht man weg. Ernsthaft. Was meinst du, was ich gemacht hab? Ja, hat nix gemacht, scheiße. Ja, attackt ihn alle komplett. Ja, attackt ihn alle komplett. Wollte ich mal wintern. Wollte ich mal wintern. Ja. Die Vasallen stürm durch. Ja. 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 haben wir nicht verloren Kopperspitz übertrieben und Viertel mit seinem Scheiß Kriere da Kriess war auch nicht immer hier und ich dachte ich kann mich positiv da brauche ich zwei Kids für Dax in den Heimat nicht mag oh nein stell doch nicht zusammen, alle auseinander ich hab's versucht willst du den Heimat holen, Ricardo? ja, super, stand verteilt zum Kotzen, Mann und und noch ein Hit da war er die die der der Führer was wie sie selbst kapiert der Fakten einmal das vor Ort was darf man sagen für das Ding das ist so Jey, Eve, hey, die habe ich doch vermisst. Wir haben dann Heimer den Kill geklaut. Ich bin ja mein Freund. Oh, mein Freund. Wie viel? Ich hab schon weh. Ich bin das halt. Ich bin das halt im Arsch gerettet. Jetzt ein Stück Pizza. Oh, verdammt, meine Milch ist an, ey. So ne Scheiße. Du hast ein bisschen Zeitpunkt eingeballt, dass ich eine Pizza habe. OMG. Das sieht ganz übel für unseren oberen Tower aus. OMG. Danke. Heiß? Oh. Kühl? Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, danke, Abby. Aber... Wo muss ich damit hin? Oh. Die sind sich alle um den Prügel, ne? Ja. Na, das könnte der Echte gewesen sein, hoffe. Viel zu krass, der Damage. Und dann kriegt das auch noch alle, alle vier der... ...Pinnel Sticks. Was hab ich da reinlaufen würde, ernsthaft. Und ja, da kann ich dir... Na toll, ich kann jetzt hier nicht viel machen. ...Wir seid alle zu lange tot. wie habt ihr den überhaupt alle kennenlassen? Ah Gott mal, Sulti Der kann man scheiße leicht ausweichen, wirklich Leute Im Teamfall nicht wirklich Nö, im Teamfall nicht wirklich Ja guck mal, freut sich den Astab ernsthaft Oh ja Wow Ja Der sitzt immer da drinnen stehen Hoch Natürlich Keine Chance, die Jams sind einfach zu heftig Muss man einfach sagen Ja Ja Alleine Kogma in-Barrange Heimer mit seinen Tauern und Raketen und alles Piddle mit seiner Kree Richtig krass die Runde Ihr hört jetzt das nächste Spiel aber immer Instant wieder auf Ja Ja Mike, lauf zurück, nachdem ich die Grettet hab Genau dafür hab ich das Schild verballert Damit Mike seinen Schliff zurückgeht In den leuchtenden Strahl Ich kann heilen, bleib stehen Das auch, hab ich aber lieber irgendwie auf mich getriegt Hm, okay Wurde das verlieren? Denk immer Ja So viel essen sie jetzt Ähm, selbst damit Könnt ich den Tower-Institut kuscheln Ist nicht sein, mit was bitte Nein Nein Tadam Wie der Damage nicht mehr durchgekommen ist Wie ich eigentlich machen sollte Meiner schon Oh du bist wort's aus meiner E-Range gehüpft Die hat zwar voll im geil Ja, dann sollte ich Woops, war weg Ich bin Tower-Hillen Verdammt geht nicht Ich war von den Mübel zu lassen Oh, im geht's daddy eh Quatsch Ich kann einmal denken, dass das tut Oh Nein Jenny, nein Nein Das war nicht Jenny Das war nicht Jenny Schweingart Ja, ich denke, kannst du doch, falls jemand Sivir ist, so ne Scheiße Oh, ich mag Sivir nicht Ich mag Sivir nicht Ich mag Sivir nicht Na komm her, Fede, 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 na komm her Wenn's denn, ey Wenn's denn, ey Natürlich Bin ich auch für zu gierig, ey Bin ich auch für zu gierig, ey Wie der Heimer rum lag, ey Ja Gehört auch dazu Ja Gehört auch dazu Hier lebt alle nicht rum Was ist denn wenn du kommst? Denk mal, ich guck Nein Nein Scheiße die Anzertorger Koma 412 Fähigkeit steckt Schatz Tja Kacke Sprinkteufel, Scheisse mit tot ich hätte so etwas nutzen können Ne! Scheisse, ich krieg die Krise Caro, bist du da? Ne Sonst hab ich gesagt, ich mach dich unsterben und du gehst in den Heimat klatschen Alter, die haben zweimal Wille der Ohr alt Tiddle und Heimat Schaut euch das mal an, ey Ich komme ready Bei beiden Seiten sind die Towerdome Eddy, ich bin da gut gemacht noch ein endlich auf sterblichen durch da und meine pizze für wichtiger kann so richtig angreifen der tauer lebt doch gar nicht mehr lassen schau doch mal sein api an ernsthaft das ist unser so verlieren wir also lasse knallt unsere tower jetzt müssen wir mal ein bisschen durchpushen können wiederbeleben hat er drin deswegen ist es verboten und er hat auch den wiederbeleben zu tun der vor Ort bei als ob ich es hätte schön gemacht lassen er dachte ich wäre das hätte ich damit bekommen zwar alles geplant die die unsicherheit das ist eine stelle aus die 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 Fremd und und er war ein um oft ist dabei nicht zu gehen ja das habe ich gesehen und ich nicht heute ist ein Schild auf uns es gibt es nicht einfach nicht durch einlaufen lassen man kann ausweichen der Mann kann der Rausbeutel kam und dann halt noch dort kann aber gewinnen wo wurde immer viel gestärkt Nö der Oma in die Stadte Zettel so gut oder Sonja oder so etwas was in Baden mitmachen das immer für Fähigkeit der Stadt des Erzengels und Sonne das habe ich schon aber auch von Tags Ricardo was für die Stadt des Erzengels das so ja dann holte doch ein Stab des Erzengels oder du willst du mehr holst du da noch gut vorhanden Voraussure der Bekommission bei der Bekommission Ja, bleib ich doch. Ja, du hattest mir zugegangen. Da war ja nichts. Ich gebe mich gerade um Sekte, guck mal. Ja, wow. Das ist hier gerade ein bisschen hart und fair. Die darfst du aber eigentlich ja nicht anfassen. Vielleicht nicht? Nein, eigentlich nicht. Wenn schon so ein beliebter Spielmodi ist, soll das auch hier richtig machen. Mit dem Springteufel KS lasse. Ha, ha, ha. Oh, verdammt sché, was du. Ja, ha, ha. Ich hab mich da. Entschuldigung. Ja, da kommt ein Sol. Oh, da hätte ich wieder lange was warten können. Da, da kommt jetzt... Boah. Ernsthaft, ey. Verdammten was sein. Mal gucken, mal die Einkommen kommt. Du, du, du... Hm... was wollt ihr noch holen? A, genau. ich bin leider auf die Plattformen kommen so ein Pech nur kurz vorstellen ich bin leider auf die Plattform aber was ich mich fragen ist wenn die jetzt unten auch noch die Masse wegpuschen weil die Gegner was halt die Pusche nutzt daher voll weg wie er es jetzt gescheckt hat dass das ein Doppelgänger war unser Indie wurde wieder aufgebaut Jenny Ulti Nein Jenny Verdammt Was bin du? Was bin ich damit? Ohhhh Diese alle was gegen meine Springteufel haben ernsthaft das ist nicht lustig Herr Wortschritt hat noch die Behinderung das denn? Nein Riccardo nein So Oh verdammt Das fällt nicht auf Na ja alles ist erlaubt so lange man nicht erwischt wird Oh mein Gott Gut das das kann man da was in wenn man dann eigentlich der Verwichtigkeit also die 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 schön macht Jenny Sie juggelt einfach rein der bevor und sagt ich stand da die sind zu durch Oh mein ich heil dich Ja oder so Ach wenn dann noch ein Stück Ja 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 guck mal He Puh Wie lange die Wieso ich mach Alter was hat denn halbe Dinge alles auf Items krass Krass Der hat Super Magie Resi der kleine Fotzkopf der ey Hält man euch nicht im Kopf aus? Unglaublich Ja was sei ein Idiot Nein Ringfeld Na geil die Pizza war ein bisschen lange im Ofen Sieh wie er weg hm ich finde das hier irgendwie krass unfair meine Damen und Herren so was eigentlich mal da irgendwas hinkriegen aber macht du die Mauer und da tut er die die Mauer und den Inhib kaputt das finde ich nicht gerade fair wenn wir da auch noch so was haben als Gegner ja das klappt Klappt Daddy ja lass uns mal zurück und lass uns sterben höchste für alle Oh nein mein Springteufel ist tot neiiiiiin Ach den Tau hat er Lasse gemeint ja hä der für die Folge gekauft ist. Ah, Totgen. Ja, mein war. Nö, wissen. Hey, äh. Rekado dead. Trotzdem dead. Gott, ich hätte ihn noch heilen können. Ah, leck jeder Leute. Oh, das haben wir verloren. Das waren zu beschissene Champs von unserer Seite aus. Und viel zu übertrieben, die von der Rift. Oh, GG. Das war Team Hornetschwein. Das war all random all mit. Wir wünschen euch was, ciao, ciao.